Äh... Mein Schwarm! Oh... Aaaaaah! Oh oh oh... Alles okay? Oh? Äh... Sorry. Ähm... Kommst du zu meiner Party um sechs? Sicher. Äh... Um sechs? Dann mache ich mich mal fertig. Fünf Stunden bis zur Party. Aaaaaah! Wo ist mein Handtuch? Hier ist es. Aaaaaah! Meine Augen! Aaaaaah! Aaaaaah! Oh... 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 Das wird nicht gehen! Oh... 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 Aaaaaah! Oh... 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 So kann ich nicht zu Chris' Party gehen. Oh... Oh... Viel besser! Ehm... Uhm... Oh... Oh mein Gott! Aaaaaah... O... Oh... 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 Nein! Ehh... Uh... 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 Ich bin ein Genie! tego... Oh, meine Augenbrauen! Nein, was kann denn helfen? Enthaarungscreme So was passiert auch nur mir. Loser, wann ich cook? Oh, la 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 Chris hat ein neues Foto gepostet. Mal sehen. Ich brauche die gleichen Nägel. Welchen soll ich nehmen? Oh, für besondere Anlässe. Perfekt. Vier Stunden bis zur Party. Ich muss mich beeilen. Ups. Das darf nicht passieren. Das geht nicht. Hm? Hahaha. Ich muss mich anziehen. Wie spät ist es? Es ist Zeit für dein Make-up. Okay. Moment. Das passt doch nicht zum Kleid. Ja, hast recht. Ich muss sie alle probieren. Nein. Perfekt. Ja, genau. Oh, danke für deine Hilfe. Deswegen bin ich deine Stylistin, Baby. Viel Spaß. Lilly, du bist so schön. Äh. Häy. Äh. 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 Ah! 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 Ernsthaft jetzt? Ah! 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 Was ist das denn? Ah! Ah! Dreieinhalb Stunden bis zur Party. Ich brauche ein neues Outfit. Ah! Ah! Zu bunt. Ah! Wow! Ah! Zu basic. Ah! Oh! Ah! Ist das meins? Ah! Ah! Oh! Ah! Oh! Ich hab nichts zum Anziehen. Ich weiß. Das ist es. Lillys Babykram. Also, wo ist das Kleid? Ah! Da ist es ja. Ah! 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 Ah Oh, noch nicht jetzt. Keine Zeit dafür. Oh, das sollte klappen. Oh, cool. Da muss der Experte ran. Contering ist echt alles. Oh, sorry. Nächstes. Und nutze einfach Chili. Soll das ein Witz sein? Nächstes. Und? Nimm. Oh, genau das brauche ich. Oh, also das Make-up gefällt mir. Lilly? Gutes Make-up. Danke, Mom. Gehst du bitte einkaufen? Mom, dann komme ich zu spät zur Party. Oder du gehst nirgendwo hin. Okay, Mom. Unhöflich. Ein Beauty-Salon. Aber das kann ich mir nicht leisten. Nimm das Lebensmittelgeld. Nein, du darfst es nicht nehmen. Sorry, Mom. Danke sehr. Wow. Das wird allen gefallen. Vielen Dank. Bye. Oh, schon wieder? Oh, warum bin ich nicht einfach einkaufen gegangen? Liebes, nimm das. Oh, danke. Ich bin gerettet. Mom. Hallo. Oh, ich habe die Einkäufe. Oh, sehr gut. Lilly, kauf dir ein neues Kleid. Oh, danke, Mom. Oh, erledigt. So schnell? Dein Kleid. Danke. Oh, das ist es. Oh, ich werde die Hübscheste auf der Party sein. Mein neues Outfit für Chris' Party. Neues Kleid muss her. Zu lang. Zu kurz. Ich hoffe, das ist das letzte Kleid. Sorry. Lilly, mein Kartenlimit ist begrenzt. Aber das Kleid ist gut. Zwei Stunden bis zur Party. Ich muss mir die Haare machen. Puh. Was soll ich tun? Ah. Ah. Nein. Oh, das war nicht echt. Oh, das war auch nicht echt. Versuchen wir das. Das gefällt mir nicht. Ist aber nicht echt. Oh, ich hab's echt getan. Chris darf mich so auf keinen Fall sehen. Was? Immer noch lila? Oh. Wieso? Oh, Lilly. Ah. Das muss gewaschen werden. Oh, Lilly. Warum ist dein Zimmer immer so unordentlich? Mom, nicht jetzt. Ich komm zu spät zur Party. Oh. Äh. Okay. Oh. Meine Tochter wird erwachsen. Oh. 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 Oh, wirklich. Oh. Was ist denn mit diesem Tag los? Oh. 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 Du bist zu spät. Nein! Lilly, was ist passiert? Mom, ich bin geliefert. Ich kann helfen. Mom, ich hab Angst. Mami weiß, was zu tun ist, Baby. Wow! I'm perfect and I know that I'm perfect, don't forget. Open up, give them a smile, your heart must not to do. Then your soul, they raise your style, you see me, I see you. Fertig. Wow, Mom, du bist ne gute Fee. Oh, mein Mädchen. Du siehst aus wie ich auf meinem Abschlussball. Oh, ja wirklich. Danke, Mom. Bis dann. Lilly? Komm doch rein. Wo ist die Party? Morgen. Was? Morgen, 18 Uhr. Morgen. Meine Augenbrauen. Komm schon. Willst du auf ein Date? Es hat sich doch gelohnt. Klar. Ja, ich mach mich fertig. Okay. Das wird dauern. Bin fertig. So schnell? Ja. Es wird Zeit, ihr meine Gefühle zu gestehen. Ist das der Himmel? Gut aufbewahren. Wach auf. Wach auf, Marty. Wach auf. Bist du okay? Ja. Gehen wir zum Date, Babe. Ich muss gehen. Bye. Wie immer. Hm. Hier öffnen, okay. Wow. Wie kriegt man ein Mädchen oder einen Jungen rum? Hä? Hi, Archie. Warte, wer hier ist. Ann? Äh, nein. Äh, Marty? Nein. Äh, Lily? Nein. Susi? Nein. Ich bin's. Muxi. Schön, dich zu sehen. Es ist kalt. Oh, okay. Danke. Lass uns gehen. Ich hol mir mal was zu trinken. Okay. Was für ein komisches Gefühl. Immer mit schlechtem Timing. Im Ernst jetzt? Äh, Lexi? Hab's. Bis später. Nein, Kumpel. Lauf nicht weg. Komm schon. Bleib hier. Komm zurück. Er hat mich schon wieder verlassen. Guck mal. Ich weiß, wie man einen Jungen rumkriegt. Da hast du das denn her? Äh, egal. Oh, sowas mach ich nicht. Du solltest das tun, wenn du ein Date mit ihm haben willst. Soll ich dir helfen? Hm. Gut vorbereitet. Oh. Du bist so hübsch. Äh. Hm. A boy is mine, mine, mine. I'll freeze his heart. A girl who's mine, mine, mine. I'll make him hot. He'll be mine, mine, mine. He will be cold. Don't mess with me, me, me. That's what it's hot. No. He'll be hot. He'll be hot. No. He'll be hot. 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 Danke. Danke. Gehst du mit mir auf ein Date? Ja, aber seht... Ich wollte dir sagen, dass ich dich liebe. Ey, was? Bis später. Er liebt mich. Er ist so fantastisch. Magst du ihn auch? Warte. Warum hat Marty ein Foto von mir in seinem Zimmer? Oh, warum hat er so viele Fotos von mir? Oh, das tut mir leid. Das ist für dich. Für mich? Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Mein bester Freund. Bon Appetit. Wie wäre es mit Pfeffer? Upsi. Ich sollte zur Toilette. Was machen Sie da? Da ist er. Ich muss das wieder in Ordnung bringen. Fräulein. Sie müssen sie rechnen und zahlen. Mein Freund kommt gleich. Wir schließen. Geschlossen? Jetzt schon? Aber ich habe kein Geld. Bezahlen Sie die Rechnung. Ich hasse dich. Okay, Sie können gehen. Was? Selbst Marty hat eine Freundin. Das war... Das ist der dümmste Ratschlag, den ich je gesehen habe. Lexi? Lexi? Was machst du denn hier? Er hat mich schon wieder absolviert. Oh, Miss Mädchen. Komm rein. Sie darf das nicht sehen. Ich habe schon wieder versagt. Das war das schlimmste Date aller Zeiten. Scheiß drauf. Lexi, mach dir keine Sorgen um ihn. Ich liebe dich so sehr. Wen würdest du wählen? Deinen Schwarm? Oder deinen besten Freund? Schreibt einen Kommentar. Hmm...